Die Straße frei der deutschen Jugend! Diese sogenannte multikulturelle Gesellschaft wird diesen links-grün versifften Herrschaften eines Tages im wahrsten Sinne des Wortes um die Ohren fliegen und dann, meine lieben Kameraden, stellen wir bereit! Freu, sozial und national! Nichts geschieht hier in dieser sogenannten Bundesrepublik Deutschland nach gesundem Menschenverstand. Und deshalb liegt es auch an uns, Nationalrevolutionären, die sich hier und heute eingefunden haben, mit geballter Faust auf den Tisch dieser sogenannten Demokraten zu schlagen, damit Deutschland endlich wieder ein sicheres Land mit einer lebenswerten Zukunft für das deutsche Volk werden kann, Liebe Landesleute! … Da geht's! Wenn wir kämpfen auch im Berlin accidentally. Na, wo tut die Antikaschistin? Halt doch mal auf mit den Schmerzschritten. Deutscher Polizistisch! Aus dem Ausland angereichten nationalen Europäer auf unserer heutigen Demonstration begrüßen. Als da wären Abordnungen aus Dänemark, aus Schweden, von der Azov-Bewegung aus der Ukraine, freie Griechen! Mein Name ist Frirk Weidland, ich bin aus Schweden und ich representiere den Nordischen Resistenz-Movement. Wir müssen die Nationalist-Movementen in der ganzen Welt akzeptieren, weil wir nicht unsere Menschen, nicht unsere Reise überleben werden ohne das. Es gibt keine Kälte. Die Probleme, die wir im deutschen Volk haben, egal in welchem Bereich der Politik, uns fehlen die Menschen, uns fehlen die Deutschen, so wird uns gesagt. Warum? Weil wir, weil ihr alle vergessen habt, sie zu gebären! Mich interessiert nur das, was mir mein Verstand und vor allem, was mir mein Herz sagt. Und das schlägt Deutsch! Applaus Musik 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 Musik